Jetzt zur Veranstaltung. Ganz kurz, was hier heute Abend stattfindet, ist ein Experiment, ganz klar, ein Experiment, vielleicht sogar ein Wagnis. Und Wagnis deswegen, weil ganz viele verschiedene Ideen, Vorstellungen aufeinander prallen. Also wir haben hier elfjährige Jungs, wir haben Jugendliche, wir haben so 18-jährige junge Erwachsene und wir haben uns und vor allem, wir haben eine Herde mit Pferden, die wir darum vollkommen andere Vorstellungen haben vor einer Show hier, als wir, nämlich uns egal. Ja, hauptsache fressen und das war der erste Konflikt und so ging es weiter. Wenn man sich jetzt diese Pferdeherde vorstellt, dann ist klar, innerhalb dieser Herde herrscht auch wieder eine Dynamik. Es gibt eine Leitstute, es gibt ganz rangniedrige junge Hengste und wir wollten ihnen diese jungen Hengste nicht vorenthalten. Die werden wir zeigen und die sind so etwa im Alter von den Jungs von Andromeda, von Andromeda. So kann man sich das vorstellen, also die sind so richtige Raufbalde. Und die werden Sie sehen, auch in ihrem ganz natürlichen Pferdeverhalten. Es war zum Beispiel auch so, dass wir hatten eigentlich mehr Pferde geplant, aber eine der Stuten, die hat bei der Generalprobe, es war alles toll, alles geklappt, bei der Generalprobe fängt sie an, die Hengste verrückt zu machen. Schön bin und macht und so und die Hengste wurden ganz verrückt. Und es war klar, okay, leider muss die Stute zu Hause bleiben. So viel eigentlich dazu. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ich bin schon da allein. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.